Nee, das lasse ich lieber, he? Wohl, doch. Okay, cool. Bin mal gespannt, was sie hier noch alles haben. Ja, viel Spaß. Was ist, kann ich mit dir reden oder auf was wartet ihr? Besser Wetter? Wahrscheinlich. Es regnet nämlich. Ja. Ah, Private Property, abgeschlossen. Gut. Der Sack. Ja? Was denn? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Oh, hey, da pennt einer. War das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sag dir, nimm es. Okay. Ich beweis für dich auf. Tommy, ich... Ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Dann gucken wir da mal nach, deine Jungs, hä? So langsam, Mann. Way too slow. Ich guck mich hier gerade mal kurz um, Junge. Ne? Nicht, dass wir nachher nichts mehr abgreifen können. Nice. Nice. Noch mehr? Leid oder nicht? Oder? Doch, guck mal, da ist doch noch was. Pills. Great. Okay, warte mal. Da können wir doch jetzt das Schwanken der Waffe. Ne, doch. Nicht nur die Fertigungszeit verringern. Okay. Gut. I'm coming. Wait a minute. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, jemand könnte so leben? Aber wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Wir Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Und das Kraftwerk wieder läuft. Aber die Fizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marleen. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Ja. Macht doch nichts, dass er kein Wachhund ist. Guck mal da. Alk und Soff. Alk und Soff. Okay. Glaubst du uns nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich bitte um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Ja, okay, Stress. USA. Flag. Ach, guck mal da. Okay, das ist gut. Klappt das? Oder braucht ihr Hilfe? Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Ist es fertig? Nur noch? Halb noch. Und das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Was geht los? Wow. Hey, es läuft. Geschafft, Jungs. Nice. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du. Ganz schön beeindruckend. Du schuldest die in zwei Millionen. Okay, Joel. Leben wir. Da draußen, oder was? Ah, da drin. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Wir kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich hab gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich hab ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlang nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herr Gott, nochmal. Sollen Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen. Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich springe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Bestimmt sogar. Oh, jetzt habe ich natürlich hier Zielfernrohr, gibt die Insel. Was haben wir es? Weh, weggenockt. Opfer. Oh, Alter, hat die einen Durchschlag? What the fuck is happening? Okay, da kommen noch mehr. Aber hey, die sind oben. Also, can do. Oh, genau. Cannot do. Cannot. Awesome. Die Waffe hat voll den Durchschlag. Sprech ab. Oh, hey. I'll take it. I'll take it. So sieht's aus. What? Ah, cool. Das hilft uns hier gerade mal so rein. Gar nicht, ne? Fuck. Okay, gut. Dann sneaky-wee-ge da hoch und so. Who's shooting? Oh, hey. What the fuck? Das ist mein Bruder. Ja. Über uns, ne? Ja. Tu das. Ihr seid echt gut, Schatz. Leck mich am Arsch. Oh, hey. Fuck. Hilft mir einer, oder? Eher nicht. Komm, smash some. Bam, bitch. Was ist das? Ja, das da. Was steht da? Rauchhandbuchband 1. Längere Zeitdauer von Rauchwänden. Chemie bei korrekter Konstruktion. Mit die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, erhöht. Ja, verdammt. Das nehmen wir mit. Noch was? Übersehen? Nein. I don't think so. Aber, sicher bin ich mir auch nicht. Okay. Geht's hier noch weiter? Naja, wir müssen da drüber zurück. Aber, ich guck trotzdem lieber nochmal. Nicht, dass wir was übersehen. Guck, das zum Beispiel. Die Schaltpläne des Kraftwerks. Okay. Die können wir vielleicht noch gebrauchen. Das sieht ziemlich kompliziert aus. Ja. Can be, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Raum da drüben mal so rein gar nicht abgecheckt haben. Okay, hier geht's nicht raus. Das war mal Long Run, aber da kommen wir auch gar nicht rein. Deswegen haben wir da auch nichts abgecheckt. Alright, nee. Dann haben wir hier die Räume auf jeden Fall gecheckt. Soweit ich das sehe zumindest. Yup. Can do. War nur Stein. Er ist im Sack. Und, ja. Alles klar. Gut. Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich gar keinen Strom mehr, ne? Natürlich auch nicht optimal. Warte mal. Da ist ja die Bench. Moment, ist das die Bench? Das war die Bench. Die ist im Arsch. Schade. Jetzt können wir sie nicht mehr benutzen. Okay. Schick aus. Let's go. Oh, guck mal da. Eine Axt. Axt ist gut, glaube ich. Gut, B. Au. Voll. Na, nimm mal lang. Obwohl, so sehe ich nix. Okay. Get down. Was sind denn alle? Ja, Mann. Aber das war nix. Okay. Dann Zielfernrohr benutze. Hat's ihn zerlegt. Geht so aus. Ah, nee. Da unten ist noch einer. Unten auch. Okay. Ups. Damn it. Direkt wo rausgeschossen. Das wollte ich gar nicht. Oh, shit. Weggeschisse, Junge. Hier unten ist noch einer. Aber sonst hält sich das in Grenzen, ne? Boom. Okay. Naja, guck mal da. Guck mal da. Wait a minute. Na? Haben sie überlebt. Na gut. Macht ja nix. Ich hab keine Munition mehr dafür. Oh, shit. Ah, das ist ein Molotow. Natürlich, ey. Ach, da. Komm. Show me your fuckface, Alter. Wo bist du? Au. What the hell? Oh, hey. Komm schon. Ah, sick. What the fuck, Alter? What the fuck? Komm, 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 komm. Heile, 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 heile. Gut. Did it. Dann ist da irgendwo noch einer versteckt. Oder ist da runtergegangen, ne? Doch nicht. Bitch. So, was geht? Noch jemand irgendwo? Ja? Gut. 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 Ich geh trotzdem mal da unten gucken, was da ist, ne? Wir gehen zu den Frauen. Jo, jo, jo. Lass mich doch erstmal gucken, was da unten ist. Guck mal. Zeug. Nee, ist nur ne leere Flasche. Wow. Bin begeistert. Das lohnt sich ja richtig, hier unten alles abgrasen zu wollen. Da ist nix. Also, wir gehen zu den Frauen. Obwohl Ellie wahrscheinlich schon allen der Arsch aufgeriss hat. gefühlt. Würde ich sagen. Oh. Da. Au. Shit. Au. Ihr seid kacke, ey. Ohne Scheiß. Ihr seid... Die Hilfe nicht wert, ne? By the way. Die Hilfe nicht wert. Dann kommer mal nur ein paar Tage. Du sie warst das. Du sie warst. Das warst du Lucy. Untertitelung des ZDF, 2020